Ich rufe dich nur noch am männlichen Modus Die habe ich mit Mario zusammen gestaltet Die ist jetzt auch quasi fertig Und die geht jetzt gerade in die Produktion Und ich möchte euch heute zeigen, wie diese Box jetzt am Ende wirklich aussieht Das seht ihr jetzt hier irgendwo eingeblendet Ich habe die leider jetzt gerade noch nicht hier Weil wie gesagt, die wird gerade von eifrigen Händen zusammengebaut Es sind zwei, drei richtig geile Sachen drin in der Box Und die werde ich euch auch in den nächsten Wochen noch zeigen Ich sag mal so viel Habt ihr so wahrscheinlich noch nicht gesehen Also es wird ziemlich, ziemlich geil Und ich freue mich riesig, dass es geklappt hat So sieht die Box aus Und auch das Album-Cover, das offizielle Das Digital-Cover, es ist jetzt alles online Und ihr könnt jetzt überall euch das Cover abchecken Ich habe auch alles nochmal in der Beschreibung verlinkt Ich finde es sehr, sehr geil, es ist sehr stimmig Es passt zum Album Einfach ein Foto, was wir in Amerika geschossen haben Auf dem Roadtrip Und ich bin sehr, sehr happy damit Es sieht sehr cool aus, das wollte ich euch zum einen mal zeigen Und zum anderen habe ich heute die große Ankündigung Für die zweite fette Single Aus meinem Album Modus Was, wie gesagt, am 18. Mai kommt Die Single heißt Irgendwann Jetzt Mal hier eingeblendet und Pipapo Ist ein Song, bei dem es darum geht, einfach mal zu leben Ich glaube, viele erzählen sich immer Ja, irgendwann mache ich die Weltreise Irgendwann mache ich das irgendwann Aber mach doch mal einfach jetzt Und um dieses Thema geht es in dem Song Das Video haben wir auch in Amerika gedreht Das ganze Video haben wir innerhalb von 24 Stunden gedreht Das muss man sich reinziehen Und wenn ihr das Video dann seht, wisst ihr auch, warum das so krass ist Warum das ein geiler Side-Fact ist Und warum ich dieses Video übertrieben feiere Also es sind sehr, sehr geile Aufnahmen einfach drin Wir sind einfach durch die Gegend gefahren Und das solltet ihr euch auf jeden Fall reinziehen Die Single kommt am 16.03. raus Das ist nächsten Freitag Was ganz geil ist Die Single läuft ab sofort Im Werbespot von About You Und die haben uns gefragt, ob wir den Song haben können Und der war noch nicht mal draußen Und jetzt ist er drin Und ihr könnt überall bei Jeremy's Next Topmodel und so Ist glaube ich die Werbung immer eingebaut Also könnt ihr mal drauf achten, ob ihr es im Fernsehen seht Ist ja der offizielle Soundtrack des About You Werbespots geworden Unglaublich krass Und ja, deswegen Die Single kommt am nächsten Freitag 16.03. irgendwann jetzt Zweites Single aus meinem Album Video kommt dann wieder am Sonntag Also am 18.03. Mega geiler Track Mega geiles Video Die Box ist jetzt da Bestellt euch die Box vor Wir drehen hier noch weiter Zu einem weiteren Musikvideo Mit einem unfassbar krassen Feature Und das werde ich euch auch alles in den nächsten Wochen verraten Liebe Freunde, Modus kommt Wir müssen jetzt rein ins Auto Es ist nämlich eisekalt Und wir sehen uns bald Vielen, vielen Dank fürs Angucken Und bestellt euch Modus Ciao Ciao Ciao